hallo hallo wir sind so froh was darf ich einen scheiß keine ahnung also ich meine munde kommen wieder mal zu einem neuen arpeg maker projekt kann man nicht lesen der world soll es heißen und zwar bei marcel moser und ich schäme mich für diesen namen weil das ist nämlich mein vorname den der typ da hat und ich habe keine ahnung wie das spiel wird ich erwarte uns ein ultra geiles spiel auch wenn ich von dem teil die er ablesen das ist eher so recht und ob das horror wieder wird oder ob das was anderes sollte ich jetzt keine ahnung ja was übrigens die mannkraft einfach angeht irgendwie habe ich doch keinen bock mehr drauf das zu machen denn gerade so eine folge gehabt aber heute ist doch nicht hochladen ich hatte es einfach lust noch im maker weiter was aufnehmen ich merke es gerade dass das hier links noch nicht ganz ordentlich angepasst ist so jetzt ja der wird was eben bis wird neues spiel info info ihr dürft gerne alles jetzt von meinen spiel nehmen unter einer bedienung ich muss dann ich muss dann in den credits erwähnt info werden tun tun ansonsten wünsche ich euch viel spaß strich tapinol strich warum hat das ein ein nirgendwenn ist es ist ja mal wieder hey 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 this is us-das ja gut mal was bei ihr haben konnte die detail d w2 gebäude nicht öffnen Telefon, Alter, verdammt